Oh, da sind wir jetzt. Age 7. Wo sind wir? Ja! Oh, ich find die kleine Elfe sehr nett, muss ich sagen. Ich nerv die voll. Ach, die ist hilfsbereit. Ich find die nett. Klugscheißer Elfe. Jetzt kommen von jeder Sorte noch mal welche, oder was? Stimmt. Ich möchte gerne mal wissen, was passiert, wenn wir an den Seiten hier, am Rand, auf der rechten Seite, die Sachen voll haben. Ob wir da irgendwas Besonderes bekommen? Oh, was ist denn? Stimmt, das war interessant. Ach, du Scheiße. Ja, steht ja da. Einmal kriegen wir Blutrausch und einmal kriegen wir Geldsäcke. Ja, war gut. Was ist denn für eine Fähigkeit? Ich muss ja auch mal ausprobieren. Was war das? Ich weiß jetzt selber nicht, was die bewirkt hat. Zusammengewachsen, die zwei, oder was? Erinnert mich an Cerberus. Aber Cerberus hatte ja... Doch, Cerberus hat auch zwei Köppe. Aber der hat nicht so komische Schwänze gehabt, oder? Nee, das stimmt, aber... Vielleicht haben sie davon ja ein bisschen was abgelitten. Hey! Lass es mit Magie wirken. Irgendwie kann ich nichts mehr machen mit Magie. Du musst auf Y auswählen. Du hast nur Fähigkeiten. Du hast gerade hier Ball ausgewählt. Am besten ist effektiv Feuer und... Und, äh, Eis. Okay. Ach, das ist bestimmt Gravitation, was du gerade angewendet hast. Meinst du? Ja, du hast gerade durch diese Fähigkeit, wo er in dein Gravitationsfeld war, hochgeschleudert und runtergeschmissen auf den Boden. Aber jetzt kann ich es nicht mehr machen. Was warst du denn da? Furzt du da rum, oder was? Verblinsen-Eintopf. Boah! Voll die Blähungen. Oh, nochmal. Warte, ich muss das Ganze anzünden. Jetzt zieht es an. Ja, genau. Und feuert dir her, komm. Nochmal. Geht nicht mehr. Ich kann noch einmal Dings einsetzen. Ja, gut. Sehr schön. Oh, jetzt... Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Oh! Ho, ho! Hä, was sind das? Chip und Shape, oder was? Weil jetzt das wieder Meister Yoda. Ja. So, wir gehen die Leute retten, oder? Genau. Wir tun was für ein Volke. Oh, ho, ho, ho! Hä, äh, äh, äh! Ach so. Ja, Kleine. Juxiter. Elisa war A klein. Ja. Oh. Exit. Thank you! Wir haben es echt drauf im Einkaufen, ne? Ja. Ich glaube, wir sind halt Sparfüchse, Konrad. Guck, siehst du das? Oh. Hoch und zack auf den Boden. Hep, hep! Hep, hep, hurra! Chipp, 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 und Frost. Frost. Oder? Ja, das ist so Wasserdrache. Das ist mehr so Wasser-Frost gemischt. Ja. Das ist eine Mischung aus Wasser und Feuer, steht hier. Cool. Eine Mischung aus Wasser und Feuer. Ja, also so laut den Symbol. Okay. Aber ich glaube, das ist bei dir anders, ne? Ach, ich erkenne da eh nix. Ja, weil du doch hier auf Y die Fähigkeiten aussuchst. Da hast du doch ein Symbol. Nee, hast du nicht. Bei dir hast du das Symbol nicht. Guck, das ist bei mir hier. Siehst du das? Hier, das obere. Da. Okay. Du kannst ja die Fähigkeiten auch sehen, wenn der Partner eine auswählt. Mit meinem Kopf. Also, ich habe keinen Mager mehr. Und du? Ich habe noch ein bisschen was. Okay. Ich habe mir was aufgehoben, weil ich dachte, da kommt bestimmt noch so ein dicker Typ. Auf wie viel hast du dein SM schon? Mein SM? Ja. Ähm, 1.802 von 10.000. Ich bin auf 984 von 1.000. Okay. Sind die tot? Ich glaube. Please wait. Ja. Geht weiter mit Dungeon and Swaggy. Loot, 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 loot. Na ja, wie viele beide da draufkloppen und das Teil geht einfach nicht auf. Ja. Wir sollen da langlaufen, hat die gesagt. Oh, das war eine Falle, die Truhe. Jetzt reicht's. Ich bin schon wieder tot. Oh, 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 oh. Der selbstheilende Paladin. Erika, Paladin. Ja, hungischer freigeschaltet. Stampftastisch. Stampftastisch. Was ist das denn hier? Man lebt ja immer noch. Der ist aber zäh, du. Jetzt ist er tot. Ach, die Elf war wieder da, ne? Ja, ja. Oh! Oh, was sind denn dafür Köpfe? Oh, ich hab keinen Zauber mehr. Oh, gerade wo ich mal eine Flasche gefunden hab. Und dann... Oh, ich hab keinen Zauber mehr. Okay. Nimm das. Und den hinterher. Und den hinterher. Okay. Zeit für ein bisschen Magi. Magii. immer eine gute Suppe. Steh auf hier. Boah, die Haltung, in der ich immer eingefroren werde, ist ja gigantisch. Eistorm. 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 Reichen sie eine Samtspielern-Stufe von 5. Guck mal, wie ganz cool und dass ich dich da an Gebatschen komme. Voll der Chiller. Ja, voll der Batchiller. Oh, was machst du denn da für eine angieberische Pose? Ja, sag ich doch. Was Bodybuilder-mäßig ist. Ach. Okay. Oh, ich finde jemand den Endknopf. So. Drücke, drücke. Treffen sie 25 Gegner am Boden. Plus 30 und einen komischen Kristall kriegt man da. Bitten sie 300 feine beliebige Art. 153 von 300. Oh, schau mal, wie er sich freut. Oh. Peace. Fühlt euch wie zu Hause. Der sieht aber nicht wirklich dankbar aus. Der frisst uns gleich auf. Sieht so jemand aus, der sich bedankt, dass man ihm das Leben gerettet hat. Alter. Nicht wirklich. Ach, schau mal. Ach, ist das süß. Ich kann aber nicht springen. Ich auch nicht. Geh mal da rein. Ich geh mal da rein. Oh, ich bin grad verschwunden. Ach, guck mal. Ach, ist das süß. Können wir jetzt hier machen? Reden mit den Leuten. Und uns Informationen holen, was wir als nächstes machen müssen. Ja, ja. Kann man. Ach, das Spiel speichert ja automatisch, ne? Ich denke. Ja. Endlich geht's weiter. Ne, ne, das Spiel speichert automatisch. Das hat er jetzt am Anfang gesagt. Oh, guck mal. Hä? Jetzt hat er halt ein Zwerg hin und ihr. Der ist der, der sich so bedankt hat bei uns. Ja. Und warum lässt er uns nichts kaufen? Oder sind wir zu doof dazu? You will not be able to use this. You don't have enough money. Okay. Money, money, money. Aha. Flötenstein spielt der. Wir stehen vor einer Höhle. Eine große Passage führt in den Untergrund. Der Tag bricht an. Und wir ziehen weiter. Und der Flötenstein. Alter, wieso kommt das Spiel die ganze Zeit immer auf irgendwelche Flöten gelabert? Schau mal. Alter, wie fliegen wir die? Eeeeee! Ist das... Alter, ist das creepy. Ist das doof. Aber mein Umhang zittert wenigstens noch. Da hängt wie so ein Stück brennt in der Luft. Das ist halt gestärkte Wäsche. Guck mal, wie sich alles bewegt. Das ist ja, wenn du irgendwelche falschen Pilze gefressen hast. Ja, also auf den Trip darfst du das nicht spielen. Stage 9. Land of Fire. The Land of Fire. The Land of Fire. The Land of Fire. Oh! Ein Höllenhund. Sag ich mal, wo der Frosch die Locken hat, Konrad. Ja. Ach, schön machst du das. Ich schnupp mir immer das Buch. Aber Queen ist eher so deine Farbe, ne? Eigentlich schon. Ich hätte den ganz gerne in Rot-Schwarz gehabt. Eichdorm! Ist aber meine Haltung. Ja. Ihn gebrochenen Arm. Hä? Achso, das kannst du nur du aufheben. Warum? Ja, weil das nicht für meine Klasse geil ist. Hä? Boom. Jetzt ist es weg. Ja. Äh, schade. Oh! Verdammt! Sehr gut. Hat gewirkt. Sag mal, die kommen hier schon mit Molotov? Cocktail, weißt du, im Mittelalter. Ja, aber echt. Boah, hast du gesehen, wie meiner gezittert hat? Hat der mir gar dein Bein gebissen, oder? Hat der mir gar dein Bein gebissen, oder? Hä? Hm? Ja, wir wissen, wo's lang geht. Oha, super. Oha, oha, oha. Oh, hier sind überall Münzen. Oh. Geld! Das ist YouTube-Money. Dürfen wir nicht fliegen lassen. Aua, ich renne auch noch rein. Bist du so Idioten? Echt mal. Oh. Flammen-Salamander. Nix da. Oh, du löscht das Feuer direkt. Ja, klar. Vielleicht noch ein Liter her. Boah. Ich war vorbereitet gerade, Eint. Ach, das Feuer müssen wir bekämpfen hier. Ja. Wenn er seine Form eingenommen hat. Oh, ich bin schon tot. Deswegen. Aha. Oh. Ja, ich glaub, Feier mit Feier bekämpfen, macht nicht viel Sinn. Sehr gut. Ich hab dich gerade geschützt. Ja, sehr nett. High Storm. High Storm. Häh? Hört sich fast so an, ne? High Storm. Oh, was hast du gerade genutzt? Keine Ahnung. Ach, du hast dich verstärkt. Du hast jetzt mehr Power. Oh. Oder Art Schild, müsste das sein. Irgendwas von beiden. Ja, ist irgendwie so ein Schild. Gravitation? Hilft da was? Ach, er ist nicht mehr Gravitationsfeld. Ja, ein bisschen Aua hast du ihm gemacht. Oh, ich hab so ein Schild, ich verspüren so einen Druck. Ob das mit dem Feuer so gut ist. Ich weiß nicht. Aua. Jetzt hat Feuer und Flamme. Hör mal. Zieh dir das überhaupt was ab? Nö, das hat ihm jetzt gar nichts gemacht. Hm. Ob wir vielleicht mal ein Feuer probieren? Aufs Feuer? Nee. Ja, gibt keinen Sinn, ne? Aber ich hab nichts anderes. Zieh doch nichts ab. Das ist ja mal geil. Ich bin tot, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ach, da musst du es wieder mal eine weibliche Person retten. Ja, dann läuft es einfach. Ja. Also das Schneider macht mir schon Angst vor dir. Ach. Äh, gib du mal ein. Ich bin zu faul. Nee, bei dem will ich nicht kaufen. Der ist unsympathisch. Nee, der sieht ein bisschen... Ja, das ist... Der ist ein Versicherungsvertreter. Der sieht so ein bisschen aus wie die... Ja, eher die dunkle Seite macht.